Körperliche Arbeit geht leicht. Ich habe Bäume gefällt und bin auf Öltanks geklettert. Aber mental? Ich weiß nicht, wie man vor Leuten redet oder mit Leuten. Ich kann nicht vor einer Menge sprechen. Ich neige dazu, mich zu isolieren. Als James, unser Trainer, mich zum Mannschaftskapitän machen wollte, hatte ich keine Ahnung warum. Ich hatte in meinem Leben noch nie eine Führungsrolle gehabt. Bei nichts. Ihr seid etwas eingerostet. Das gibt sich wieder. Viele Leute haben selbst Zweifel. Oft brauchen sie nur einen Impuls von außen, um mehr aus sich herauszuholen. Ich habe Tom zum Kapitän ernannt. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Mal sehen, wie er sich im Gefecht macht, sozusagen. Aber hier ist das was anderes. Ihr habt zu lange gebraucht, um Druck auszuüben. In der Zwischenzeit hat es nur einer nach vorne geschafft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit meiner Art im Finale eine Teamansprache halten soll. Mal sehen, was in solch einer Situation aus meinem Mund kommen wird. Mal sehen, was in der Zwischenzeit für das funktion sufficient. Untertitelung des ZDF, 2020